In den folgenden Minuten möchte ich kurz ein paar analytische Perspektiven zu Diablo von 1997 vorstellen. Diablo ist ein Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment, das eine sehr erfolgreiche Spielerei begründete. Im Einzelspielermodus steuert der oder die Spielerin eine Heldenfigur durch das Königreich Kanduras, um die Welt vom Dämon Diablo zu befreien. Unterhalb des Dörfchens Tristram befindet sich ein Verlies mit 16 Ebenen, die über einen Zufallsgenerator erzeugt werden und daher bei jedem Spiel in der Architektur anders aussehen. Im letzten Level tritt der oder die Spielerin gegen Diablo selbst an. Diablo und besonders der Nachfolger Diablo II von 2000 begründete den Ruhm der Spielereihe und der von Blizzard betriebenen Online-Plattform Battle.net, die eine der ersten breit erfolgreichen Online-Spiele-Plattformen darstellte. Diablo war 1997 das erste Spiel, das die Infrastruktur des Battle.net nutzte. Ich werde kurz etwas zu den verschiedenen Charakteren in Diablo sagen und dann kurz auf die Gestalt von Musik und Ton eingehen. Wie in einem Rollenspiel üblich, steuert der oder die Spielerin selbst eine Heldenfigur als Spielerinnen-Charakter, die einer von drei Charakterklassen angehört. Krieger, Jägerin oder Magier. Diese Figur verfügt über vier Eigenschaftswerte, Stärke, Magie, Geschicklichkeit und Vitalität. Bei der Charaktererschaffung kann außer der Auswahl der Klasse nur noch ein Name für die eigene Figur vergeben werden. Weitere Wahlmöglichkeiten gibt es später im Spiel, wenn die Figur Zaubersprüche erlernen kann. Die Figur ist ein Rollenspielcharakter, hat also einen Namen und zumindest eine Klasse, die am Anfang gewählt wird. Darüber hinaus gibt es aber keine Biografie oder große Hintergrundgeschichte der Figur, die zu Beginn des Spiels mit nicht viel mehr als einer Basisausrüstung und ihrem Namen in Tristram ankommt. Allerdings deutet die erste Reaktion des Tavernenbesitzers Ogden im Gespräch mit dem Spielerinnen-Charakter darauf hin, thank goodness you've returned, dass dieses nicht der erste Besuch des Charakters in Tristram ist. In Tristram trifft der oder die Spielerin auf eine Reihe von Ensemble-Charakteren. Diese, beispielsweise der Dorfälteste Kain, bieten verschiedener Dienstleistungen an, wie das Identifizieren von magischen Gegenständen. Sie haben eine Geschichte, die über die verschiedenen Spieler der Diablo-Reihe immer wieder weiter ausgebaut wird. Ebenso kann der oder die Spielerin zumeist mit diesen Non-Player-Charakters interagieren und mit ihnen nicht nur Handel treiben, sondern auch über Gerüchte oder Ereignisse der Spielwelt sprechen. Über diese Gespräche erhält der oder die Spielerin auch viele der Aufgaben, Quests, die im Verlauf des Spiels zu erledigen sind. Diese werden nachdem der oder die Spielerin sie erhalten hat, in einem simplen Quest-Log gesammelt. Der ermöglicht, sich das Gespräch noch einmal anzuhören, indem die Aufgabe gestellt wurde. Die Ensemble-Charaktere unterscheiden sich von den funktionalen Charakteren, zu denen ich gleich komme, auch dadurch, dass sie nicht angegriffen werden können. Als funktionale Charaktere sind in Diablo die meisten der Gegner zu betrachten, auf die man in den verschiedenen Ebenen des Verlieses trifft. Mit diesen kann der oder die Spielerin primär in der Weise interagieren, dass er oder sie diese besiegt. Die Gegner greifen auch an, sobald sie den Spielerinnen-Charakter erblicken. Neben den über 20 Monstertypen, die in unterschiedlichen Varianten auftauchen, gibt es einige wenige einzigartige Gegner, wie den Butcher auf Level 2 des Verlieses. Diese einzigartigen Gegner haben normalerweise einen eigenen Erkennungssatz, der als Sprachausgabe ausgegeben wird, wenn der oder die Spielerin auf diese Figur trifft. Im Falle des Butchers, ah, fresh meat. Ebenfalls wird das erfolgreiche Erfüllen der Aufgabe meist mit einer Sprachausgabe eines Satzes angekündigt. Im Falle des Butchers sagt der oder die Spieler-Charakterin, the spirits of the dead are now avenged. Mit einigen wenigen Monstern kann auch als NPCs interagiert werden. Sie haben auch einen eigenen Gesprächstext, zum Beispiel Garbert the Weak, der später aber auch angreift. Die einzigen Bühnencharaktere in Diablo sind die Kühe, mit denen der oder die Spielerin eigentlich nicht interagieren kann. Oder nicht groß. Sie anzuklicken, erzeugt einen Soundeffekt des Moons. Die offensichtliche Funktionslosigkeit der Kühe als einzige Charaktere im Spiel, die keine weitere Bedeutung hatten, führte über die Rezeption von Diablo zu einer Reihe von Gerüchten, es gebe einen geheimen Cow-Level. In der Erweiterung zu Diablo, Diablo Hellfire, sowie in Diablo 2 wurde ein entsprechendes Level dann mehr oder weniger als reguläres Element des Spiels umgesetzt. Neben diesen Bühnencharakteren gibt es als NPC noch Fahne, einen Betrunkenen, mit dem der oder die Spielerin reden kann. Diese Gespräche haben aber, außer indirekten Hinweisen auf Quests, keine direkte mechanische Funktion im Spiel. Musik und Ton spielen für das Spielerlebnis von Diablo eine wichtige Rolle. Die Gespräche, die der oder die Spielerin mit den NPCs führt, werden in Form von eingeblendeten und vertikal scrollendem Text umgesetzt, der aber auch als Sprachausgabe realisiert ist und somit jedem NPC eine eigene Persönlichkeit gibt. So begrüßt etwa Kain de Elder immer wieder mit Ebenso gibt es für jede Charakterklasse eine eigene Sprachausgabe, die im Verlauf des Spiels immer wieder zum Einsatz kommt. Sound-Effekte wie die Geräusche der Monster, der Waffen oder auch ein Aufstöhnen des Spieler in Charakters, wenn er oder sie verletzt wird, sind detailliert ausgeführt. Daneben gibt es Umgebungseffekte, die die unterschiedlichen Level charakterisieren, die insgesamt in vier unterschiedliche Level-Sets eingeteilt sind. Dungeon, Catacombs, Caves und Hell. Die Musik für Diablo wurde von Matt Illman komponiert und besteht aus sechs Musikstücken, von denen besonders das Motiv, das die Erkundung des Dorfs Tristram untermalt, eines der Erkennungszeichen von Diablo geworden ist. Hier ein Ausschnitt. Auch zum Thema Charaktere und zur Musik und Ton in Diablo ließe sich sicher noch mehr sagen. Aber ich hoffe, Sie haben hier einen kurzen Eindruck gewonnen. Ich hoffe, Sie sehen uns beim Anerkennung. Und wir sehen uns beim Anerkennung. Untertitelung des ZDF, 2020